Yo, was geht, motherfuckers, motherfuckin Damien hier. Ich bin endlich mal back auf dem Social Sniping Channel, genau da, wo ich nicht hingehöre. Denn ich hab ja keine Ahnung von Sniping. Für den allerersten Clip heute haben wir schon mal einen ganz krassen AW-Trickshot. Social Axa oder auch Giros Metaxa. Bei diesem Trickshot sind so viele Umdrehungen drin, dass mir schon übel wird. So wie wenn ich zu viel Giros Metaxa esse. Jedenfalls springt der Metaxa hier von der Golden Gate Bridge. Und im Gegensatz zu jedem normalen Mensch, der das macht, um sein Leben zu beenden, hittet er einfach across the map, damit der Gegner sein Leben beenden gehen kann. Für den nächsten Clip haben wir einen Clip, der ausgelutscht ist. Für Top 5 Plays als meine Stimme. Jedenfalls tut der Boy, Count Drax, Yula in diesem einen Clip mehr Umdrehungen machen, als in der gesamten nächsten Phase-Team-Tausch, die eh keiner gucken wird. Was mir besonders an diesem Clip gefällt, ist, dass da überhaupt kein Lag war am Ende. Und dadurch hat er auch überhaupt nicht verschossen, sondern er hat verschossen, weil er schlecht ist. Wurde ich eigentlich aufgefallen, dass auf diesen Clips auch eine Farbkorrektur ist? Eigentlich sollten das hier nicht die Top Clips der Week sein, sondern Top Farbkorrekturen der Week. Denn diese Farbkorrektur ist auch von dem Boy Social Astro gemacht worden. Also auch Shoutout zum Social Astro, denn ohne seine Farbkorrektur wäre diese Serie nicht möglich. Ach und apropos nutzlose Menschen, eigentlich sollte hier stehen Next Game und nicht Same Game. So viel zu dem Thema Social Astro. Aber hier im very nächsten Game tut es Social Angels mehr Köpfe weghauen, als Damien, wenn er in Amsterdam im Red Light District unterwegs ist, Motherfuckers. Ein Glück aber auch, dass der Astro hier am Ende diesen Clip ein bisschen verlangsamt hat, damit wir auch genau sehen konnten, was abgegangen ist. Hier können wir nochmal also in der Killcam sehen, nicht nur eins, nicht nur zwei, nicht nur drei, sondern vier Köpfe weghauen. Also ich möchte mich ganz herzlich bedanken, Motherfuckers, hinterlassen, like, denn die Musik geht jetzt richtig ab. Also ich möchte mich ganz herzlich bedanken, Motherfuckers, hinterlassen, like, denn die Musik geht jetzt ab.